Du hast mich freigemacht von den Ketten, die mich banden, freigemacht von den Lügen, die mich banden, freigemacht zu leben als dein Kind, nicht mehr Sklave, sondern frei, Erbe Gottes, für immer geliebt. Halleluja! Wer hätte gedacht, dass ich heute Morgen einen Gebetsspaziergang machen kann, die ich sonst am Morgen nicht so hinkriegte, in der Früh. Nicht, dass ich nicht wach gewesen wäre, sondern die Vorstellung, spazieren zu gehen, war jetzt nicht so das Highlight. Aber manchmal ändern sich die Dinge. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Oder die Situation, in welcher wir stecken oder stehen. Nun, ich habe vor einiger Zeit, etwa zwei Wochen, hier Ohrlöcher gemacht, als ich in Deutschland war, die oberen. Und im Einkaufen, weil am Rhein. Und als ich zurückkam, zwei, drei Tage später, hier oben ein Ohrloch und hier in Bili. Und weil ich ein Mensch bin, der manchmal die Dinge nicht einfach so sein lassen kann, denke ich, hat es sich nach über einer Woche entzündet, zuerst unten und dann oben. Gott sei Dank war ich gestern bei Freunden, wo der eine von den beiden in der Gesundheitsbranche arbeitet und sagte, hey, geh nach Hause mit Fieber und achtet darauf, dass es nicht zu einer Blutvergiftung kommt. In dem Moment, wo ich das hörte, hat meine Psyche schon verrückt gespielt. Ich kriegte Kopfschmerzen, die Körpertemperatur hat sich erhöht. Nichts Neues für mich. Aber ich spreche das jetzt im Namen Jesu. Ich will neue Dinge erleben, gute Dinge. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns fröhnen und fröhlich sein. Ich kam zurück, jawohl, Fieber. Dann habe ich schon angefangen, ein wenig zu weinen, ging zu meiner Schwester und fragte sie, ob sie mich in die Notaufnahme bringen kann. Denn die Notaufnahme war angesagt laut Telemedizin, Telearzt. Und ja, so fuhren wir in die Notaufnahme, in ein Spital, wo ich viele Jahre Vorurteile dagegen hatte, respektive diese vielleicht auch von Dritten übernommen habe, ohne eine eigene Meinung zu bilden. Und dort angekommen, wurde ich wirklich sehr kompetent. Bedient kann man nicht sagen, wie sagt man denn jetzt, kompetent behandelt, genau. Aber das Spezielle war, ich dich Bändchen trage, Jesus saved my life. Und auch an das Glaube bekam Angstzustände, so ein bisschen. Meine Schwester hat es gemerkt, mir gesagt, von was fürchtest du dich? Und ich konnte alle meine Ängste äußern, das hilft manchmal, dieses Deeskalierende. Ja, vor dem Tod, ja, dass das Ohr abfällt, dass ich nichts mehr höre, was weiß ich, was ich alles sagte, breche ich alles im Namen Jesu. Und die Pflegeassistentin sagte, sind Sie eigentlich, ist alles nur negativ jetzt gerade bei Ihnen. Weil, als ich hörte, ich muss Blutentnahme machen lassen, sagte, viel Vergnügen, wenn Sie mir Blut nehmen wollen. Keine einfache Geschichte. Natürlich habe ich nicht mehr diese Angst, die ich als Kind erfuhr, als ich da wie ein Trauma erlebte, was Blutentnahme, was Spitäler, was Ärzte betrifft. Ich substituiere viele Jahre, muss ich Hydrocortisol nehmen. Das ist wie dein natürliches Cortisol im Körper. Das Hormon, das Stresshormon, das dafür sorgt, wenn du dich anstrengst, dass es mehr Hormone produziert, wenn du krank wirst, dass es mehr Hormone ausschüttet und, und, und für die Nebennierenrinde zuständig ist. Und wenn ich dann irgendwas habe oder hatte in meinem Leben, musste ich das ja erhöhen. Aber ich bin da einfach mal ohne Erhöhung hingefahren. Denn die Blutentnahme eben, die ging erst in dem Moment gut, auf dem Handrücken, weil hier klappte es nicht. Als ich das innere Kind in mir nicht einfach wegschickte, sondern mit Jesus zusammen beruhigte. Zuerst sagte ich nämlich, du geh zu meiner Schwester auf den Schoß. Sie tun nicht dir weh, sie tun mir weh. Aber es hat überhaupt nicht geholfen. Es hat dann wirklich erst geholfen, eine Perspektive bei Jesus abholen und selber zu mir oder zu dem inneren Kind sagen, beruhige dich, es kommt alles gut. Und dann ging es mit dem Blut. Alleluja. Meine Schwester hat dann erkannt, dass da immer noch aus der Kindheit eine Art Trauma ist. Damals kam ja so ein Geist des Todes. Natürlich habe ich in all meinen seelsorglichen Begleitungen, die ich selber erfuhr und an anderen machte, auch immer wieder get free, get free, stay free, Schichten abgetragen. Heute im Neuen Bund weiss ich, kein Dämon hat Autorität über mich, respektive kein Anrecht über mich. Egal, was meine Vorfahren taten, es hat kein Anrecht an mir, aber sie versuchen es. Und deshalb gebe ich heute vor dir als Zeuge einfach alles nochmal genau ab, was in der Kindheit war, jeglicher Geist des Todes, durch den Herzfehler, durch die Kopf-Hopäe, alle Ängste, die ich ausstand, all das bringe ich zu Jesus, diese negativen Bilder und ich tausche sie gegen die Bilder, die Jesus für mich hat. Ich sah nämlich auch, als meine Schwester mich fragte, wo ist Jesus gerade im Raum, wie er auf meinem Behandlungsbett saß. Und mir die Hand hielt. Selbst, wenn wir mal Selbstmitleid haben, sagt Gott nicht einfach, weisst du was, komm wieder, wenn du nichts mehr hast, sondern er kann es verstehen, er liebt uns, natürlich sollen wir nicht dort drin stehen bleiben. Also mir sind einige Lichter aufgegangen. Wo brauchst du vielleicht Heilung? Wo brauchst du es, dass du mal genau hinschauen lässt in deinem Leben? Wenn du die Brille Gottes anziehst, seine Perspektive abholst, vielleicht ist es auch umgekehrt, du siehst so dunkel und Gott macht es ganz hell in deinem Leben. Wenn du von seiner Sicht aus auf dich, auf dein Leben, auf deine Umstände, auf deine Mitmenschen schaust, wo erhöht sich deine Körpertemperatur, weil du gerade am Kämpfen bist in einer Sache. Ich rate dir, nicht allein zu kämpfen. Natürlich sind wir nie allein. Als ich früher Strasseneinsätze machte, sagte ich einmal zu Jesus, weil Geschwister mir das unter die Nase rieben, man solle immer zu zweit unterwegs sein. Jesus habe seine Jünger auch nur zu zweit weggeschickt, sagte ich, Jesus, ich bin alleine. Dann sagte er, nein, du bist zu viert. Du, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Ich bekam dann Medikamente, Antibiotika. Nun, was ist daran Besonderes, dass ich noch vor ein paar Monaten bei Antibiotikaeinnahme Durchfall kriege. Also du kannst dann auslesen, ob du willst, dass dir das Hinterteil wehtut mit der Zeit oder ob das, was entzündet ist, was krank ist, heilen soll. Aber ich habe über den Medikamenten gebetet, auch jedes Mal, bevor ich eine einnehme, dass die Wirkung wirkt und nicht die Nebenwirkung. Halleluja. Schlussendlich kann man sagen, es muss mir alles zum Besten dienen. Auch, dass ich einfach dann so viel Zeit mit meiner Schwester hatte, sicher über eine Stunde, natürlich muss man dafür nicht ins Spital oder so einen Dramaakt erleben. Aber wir hatten viel Zeit, dass wir warten mussten, bis der Blutbefund da war, die Blutwerte, Ärzte konsultiert wurden, HNO und so weiter. hatten wir diese Zeit und es war eine wertvolle Zeit, weisst du, wirklich Qualitätszeit. Vielleicht hörst du die Vögel im Hintergrund, ob es regnet, ob es schneien würde, wenn es jetzt nicht Vögel sind, die wegziehen über den Winter. Von den Vögeln können wir viel lernen. Was sagt uns die Schrift? Dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir die Vögel anschauen sollen, die weder säen noch ernten noch in Schönen bauen und Gott versorgt sie doch. Und deshalb habe ich dieses Video, wie die Vögel Gott loben. Ich bin überzeugt, wenn wir es verstehen würden, würden sie nicht nur sich austauschen, sondern auch Gott loben. Der selbst den Spatzen oder den Vögeln gibt zu essen, hat seine Menschen nicht vergessen. Habe ich dieses Video eben mit Singen begonnen. Falls ich mich ein paar Mal wiederholte, verbal, dann tut es mir leid. Vergiss nicht, die nächsten Tage Hut, Sonnencreme, trinken, hier in der Schweiz haben wir sogar eine Hitzewarnung. Solche Dinge nehmen wir dann sehr schnell wahr. Aber was ist mit der Warnung, wenn der Körper signalisiert, es stimmt was nicht, es ist was entzündet, es muss was raus, es muss mal etwas ganz genau angeschaut werden. Ich habe mich entschieden, einmal mehr, dass ich nicht mehr alles glaube, was ich denke und dass ich an Wahrheiten festhalte, ja was kann mir passieren. Mein letzter Atemzug hier wäre mein erster im Himmel, falls man dort Sauerstoff braucht. Und ich bin dankbar, wie es gelaufen ist, weil es mich schlussendlich weiter befördert hat. Vielleicht kannst auch du in diesem Video etwas mitnehmen, was dich weiterbringt. Ich hoffe es, dass es nicht irgendeine verlorene Zeit war, gefühlte zwölf Minuten, fast dreizehn. Nun verabschiede ich mich und danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über dein Like freuen und auch Kommentare. Bis bald! Das war's. Bis bald.